Hallo, mein Name ist Dimitri Hegemann. Ich komme aus Berlin und ich bin der Gründer des Tresors. Ich stehe nicht auf der Bühne, sondern eher hinter der Bühne. Ich möchte euch sagen, diese Schule könnte euch weiterhelfen in vielen Bereichen, nicht nur die Technik zu kennen, um eine Karriere als DJ oder Sounddesigner zu entwickeln oder was auch immer, als Videocutter. Ich glaube, die DJ-School hat auch damit zu tun, Erfahrungen auszutauschen, eine Community kennenzulernen und vor allen Dingen irgendwas Gutes zu machen, weil die Message auch der elektronischen Musik ist, teilen. Und meine Information, die ich euch geben möchte, ist, setzt euch auch mit der Geschichte der Musik auseinander, was gewesen ist und was kommen wird, wie es weitergeht. Aber nutzt sie, um schöne Werte weiterzugeben. Und das ist Frieden und Toleranz.